Hallo Bumpers & Puppets! This is Pimp Your Pump, your Monday Motivation. Heute zeige ich euch eine meiner Lieblingsübungen, one of my favorite workouts. Do your workout to avoid a burnout. No Bullshit, no Fear, no Limits. Die Übung heute heißt Baumstämme tragen. Es ist sehr wichtig, schon in meinem Staumbaum steht ich will noch einmal Baumstämme. Ich bin die steirische Eiche, der Styronach. Aber die Übung geht überall. Das ist zum Beispiel ein Baumstamm von einer burgenländischen Birke. Oder das ist eine Tiroler Tanne. Wichtig ist, wenn man einen Baumstamm trägt, dass der Baumstamm unerlässig Gewicht hat. Also ich mime den Baumstamm und trage ihn um und um. Von dort in die Ecken, in die Ecken, ich kann ja hin, wo ich will. Ich trage den Baumstamm, bis er glaubt, er ist ein Tuttenecken. Und don't worry about the calories. Solange ein Gau-Bohnen an einem Baum wachsen, ist er schon gleich ein Obst. Kapisch? Und wenn ein Baumstamm getebert wird, geht es ihm wieder schon gleich. Ich briche ihm die Rippen. Okay? Bam. Heißt der La Bonsai, Baby.